heute morgen war ich hier unterwegs hier bei der karnevalsleute hier habt ihr erb geholt hier du bringe die da immer ganz abholen und hier da habe ich gesagt jemand schee die tippe voll ihr seid nicht so sparsam hier du ihr habt genug da von der erbse sub hier 34 also teller und halbe top noch voll jeder also das kannst du nicht mehr wahr machen dass solche das brutzelt ja jetzt schon ein bisschen weil ich war ja hier in der kälte raus und dann jetzt die stupe hier die warme hier noch fängt es schon ab zu brutzeln kannst du es nicht immer korriere da hast du bald hier so erbsel schnapps gebastelt also ich wünsche euch da viel spaß hier beim karneval da hier trinkt aber nicht so viel weil da hat man immer so oder was alles noch alle weiter gibt da hier ich weiß es gar nicht jorge und so die karnevalsleute an köln hier du ich wünsche euch was und alle vier hier und bis dann er sieht sich mehr hört sich und so weiter gut bis dann